Wir werden fallen. Angriff! Wie guckt der denn nicht? Bei den Böchtern! Hierher! Na, sieh mal einer an! Ich glaube, das ist doch total verbuggt. Weil das sind wahrscheinlich auch die, die man hätte retten können. Gut. Die man sicher doch nicht anklicken kann. Weiße Wahl. Versteigte Planken habe ich auch schon. Aber nee, das war versteigte Planken für die Menschen. Ich habe nichts gesagt. 50 Punkte gehalt bei Abwehr und eine doppelte Blockchance. Ich kann das Ding auch nicht angreifen. Hier läuft gerade definitiv irgendwas schief. Alternativ gehe ich nach hier. Oh, hier ist noch was. Achso, ja, da kam ich ja nicht rein. Jetzt ist das Tor offen, mal sehen. Aber wahrscheinlich nicht für mich, sondern nur für die Flüchtlinge. Ach nee, ist zu. Da sind auch welche, die ich theoretisch befreit habe. Das ist ein bisschen scheiße, ehrlich gesagt. So, machen wir mal so. Ich denke mal, unter normalen Umständen hätten wir uns das gar nicht machen können. Ist das... Ist das... Ach, das ist meiner. Warum ist die da oben gelandet? Verbrennen wir sie. Na dann. Bleib bei dem. Ja, ich möchte es doch schon ganz gut. Aber ich denke trotzdem, dass man schon normalen Umständen eine ganze Armee gehabt hätte, weil die Orts hatten nicht so gut. Ich habe hier oben ein richtiges Lager wieder gehabt. Ein Bauplan. Ein Bauplan. Pyrolonium. Kenn ich noch nicht. Also, wie ist der Plan? Hm? Ähm, gut. Warum nicht? Ich werde euch beschützen. Nee, da ist nichts mehr. Gehen wir es an. Weise Wahl. Ich habe sicher nicht weit hergeholt, was sie sagt. Ja! Mehrgekämpfer? Nimmt das denn nie ein Ende? Ja! Ja! Für die Feuerzähmer! Sie werden fallen. Ansonsten werde ich das Spiel nicht mehr neu starten, aber ich bezweifle, dass das irgendwas ändert. Das scheint... Ich bin jetzt hier ja auch gerade mitten im feindlichen Gebiet und es passiert mir ja eigentlich quasi nichts. Aber ich komme auch nicht durch die Dorftore durch, weil die ja weiß sind, also freundlich eigentlich. Na schön, ich bin gespannt, was gleich passiert, wenn ich den Dings da oben zur Questmarkierung gehe. Gut! Wird schon schief gehen. Für die Feuerzähmer! Gehen wir es an! Guter Plan! Feinde! Verbrennen wir sie! Echse, Dolche, Scherter, alles für den wachsamen Abenteurer! Viel Geld hat sie wieder. voudr, princess. Guter Plan! Guter Plan! Guter Plan! Himself! Beren! S ghosts! Beren! żej! weise wahl spricht mit klarer und die steht hier gar nicht ok also das ist super verpackt scheiße das ding ist wie behebe ich jetzt diesen fehler ist das dumm speicherung nach back so ich beende das spiel mal hab ein bisschen angst dass er mir sonst den ding zerhaut weil wenn ich jetzt weiter mache das wäre echt scheiße sonst warte starte das spiel auch gleich wieder neu ich will nur mal kurz meinen cache löschen aber da steckt nicht viel drin aber ich könnte bei steam ich könnte bei steam mal kurz sagen spellface reparieren oder so aber ich glaube nicht dass er da irgendwas finden wird so wo war denn das lokale datei noch fehler prüfen 5% 7% relativ langsam aber da steht auch eine 1 von 1 also vielleicht hat er ja tatsächlich was gefunden ok 32% jetzt ist er schneller 52% ich bin gleich wieder da wobei er aber oben steht er hat noch nichts heruntergeladen aber gut er muss ja vielleicht nichts herunterladen um was zu reparieren 85% 86% 87% er ist bald fertig alle daten erfolgreich überprüft klingt jetzt nicht danach als ob er irgendwas korrigiert hat so ich komme wieder rein ins spiel tja welchen lade ich ich nehme mal meinen arrow safe ich gehe hier trotzdem einfach mal irgendwo anders hin damit er was anderes lädt und dann kann ich ja wieder zurück gehen bist du noch da rego was machst du gerade und wie ist der neue modus mhm 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 Hey fuck, wenn ich wenigstens mit ihm gequatschen könnte. Gut. Kommt mal rein. Da lang? Normalerweise hätte sich ja die Quest schon aktualisieren müssen, weil ich mir klarer gequatscht habe und sie gesagt hat, ich soll die Flüchtlinge retten, die Dorfbewohner retten. Was ist? Ihr müsst die Dorfbewohner befreien. Was, 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 was ist? Das ist nervig, ey. Was mache ich denn jetzt? Story Mode 1. 7 Stunden 48. Wo war ich dann? Relativ am Anfang noch. Klingt gut. Da lang? Also, wie ist der Plan? So, da ist Klara wieder, aber ich will mal nicht mit ihr sprechen. Ich will mal erst zurück zu dem Ork. Und erst mit ihm sprechen. Ha. Ich seht nämlich die Menschen auch noch nicht böse, weil ich das noch nicht getriggert habe. Es wäre so scheiße, wenn die Story im Arsch wäre, war jetzt deswegen. Sieher. Ich kann immer noch nicht mit ihm kratzen. Ja, ich kann dich auf dir. Und ich habe mir die Stimme.